Herzlich Willkommen zu CKs Next Topmodel. Ja, was ist das? Ihr fragt mich sicherlich schon die ganze Zeit, was wir hier machen und wofür wir Models suchen. Wir sind heute in Halle, auch wenn es ein bisschen verregnet ist, und wir suchen heute Models für unser neues Werbeplakat. Denn wir wollen ja ein Model haben, was uns präsentiert. Und was suchen wir genau? Es gibt ja dünne, dicke, pummelige Emos, geschminkte, im Solarium gebräunte Frauen. Ja, aber das alles wollen wir nicht. Auch nicht, was davon alles ein bisschen zu viel hat. Das wollen wir alles nicht haben. Wir suchen eine natürliche, gutaussehende und freundliche junge Dame, die uns präsentieren kann. Und ob wir das hier in Halle finden, das sollen wir gleich herausfinden. Jedenfalls, das mit dem Regen ist schon mal gut, denn da kann dein Make-up nicht verlaufen. Let's go! Ja, wir sind hier in der Metropole. Wir laufen auch schon viele Leute rum und vielleicht finden wir da was. Vielleicht gelbe Menschen oder Models, die so süß sind wie Erdbeeren. Das suchen wir jetzt und werden uns weiterhin auf die Suche machen. Super! Auf geht's! Egal ob in Halle, in Leipzig oder in Magdeburg. Wir suchen überall Models in ganz Sachsen-Anhalt. Und wir suchen keine professionellen Models, sondern einfach nur ganz normale Mädchen von der Straße. Also keine Assis. Nein, wir suchen ganz normale Mädchen, die irgendwo rumlaufen, sich einen schönen Tag machen und ganz unerwartet gecastet werden. Nämlich von uns. Unser Models sollte zwischen 14 und 22 Jahre alt sein. Und natürlich sollte unser Model viele, viele Hobbys haben, die ein bisschen Spontanität, Flexibilität und einen Verrücktheitsfaktor dazu bringen. Denn als Model sollte man natürlich nicht langweilig werden. Denn ihr könnt ein Fotoshooting gewinnen für unser C.K Productions Werbeplakat. Und das wird natürlich am Strand passieren. Jetzt sind wir gerade nicht am Strand, sondern in Halle. Und hier rufst du schon unsere erste Bewerberin, nämlich Sophia Kopp, Model des diesjährigen Schüler-Ferriertickets. Wir sind in Leipzig. Und in Leipzig geht's natürlich richtig ab. Hier folgen uns schon tausende von Menschen und wollen von uns gecastet werden. Und zwei davon sind die... Facebook. Also wir sind überall. Da muss man so. Nur damit wir euch irgendwie so erreichen können. Ja, Facebook ist auch okay. Na ja, bei Facebook kann ich ja jetzt nochmal verabschieden. Achso. Kann ich da Facebook hinschreiben? Ja, Facebook ist auch okay. Und nur ein paar Meter weiter sind auch schon unsere nächsten potenziellen Models. Hier seht ihr Agnes und Lisa. Beide kommen aus Leipzig und sind 14 Jahre alt. Ja, also halt nur ein Name. Hast du denn da welche Kontaktbescheine? Das könnt ihr euch auch nicht. Also entweder Facebook, Facebook, E-Mail oder was. Bei jedem Casting bekommt ihr eine Nummer und werdet ihr danach anschließend fotografiert. Damit wir euch natürlich zuordnen können. Wir müssen. Ob Agnes und Lisa das schaffen, das liegt an der Jury. Weiter geht's in Magdeburg. Hier ist die Josephine. Komm, mein Kontakt hin. Wir sind hier im City Carré und gehen jetzt raus auf die Straße, wo schon unser nächstes oder erstes Jury-Mitglied wartet, nämlich Daniel Bierhans. Daniel war mit mir zusammen auf dem Schüler-Fan-Ticket 2010 und kennt sich natürlich mit Models richtig gut aus. Wie tust du dich jetzt an? Nee, ich hätte nur mein Zeugnis machen. Ah, da ist die Schulaufwendung. Aber das ist nicht. Ist die noch von Karten? Nee. Ah, fang. Ah, Carmilla ist drauf. Carmilla. Karl Miller. Karl Miller hat die Schulaufwendung. Und nur ein paar Meter weiter sind auch schon die nächsten Models, die sich bewerben. Gleich zwei auf einmal. Karl Miller hat die Schulaufwendung. Tja, das sind sie, die Models von heute. Dagen hat es geschafft, sie zu überreden. Wunderschön mal. Mein Charme. Mit dem Sexappeal. Mit meinen männlichen Attributen. Ihr auch? Ja, das ist gut. Ich spreche noch nicht nur an. Dankeschön. Danke, dass du mitgebracht hast. Ja, wünsche ich dir. Wollen wir euch auf den Fallen beitragen? Wunderschön. Okay, dankeschön. Viel Spaß. Ja, ich auch. Du kennst dein Stück auf der Ecke. Wir haben Glückling. 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 Glückling. Sag mal was. Halt deine Schnauze. Oh, die Stance. Übrigens, wir haben die nächste Woche. Ich bin dran. Machst du gar nicht Lüge, doch nicht rum? Natürlich, mach doch damit, du Arschloch! Sieh'n... Was für Mädchen? Ich hab dich ja auf Facebook. Was bringt das da? Kannst du... Warte, ne? Nee, kannst du... Ich kann dann ein Bild noch mit dir mit der Nummer dafür... Oh ne, oder? Nee, du... Takin' me so high up, up, up... Place that I've never been Und dann kontaktieren wir euch... Also dann... Genau, wenn ich dann sag, Daniel, du bist... Das ist gut... Heute, wo du jetzt? Haben wir 20 jetzt? Wir haben 20! Wir sind fertig! Nicht zu vergessen sind unsere Online-Bewerberinnen... Das sind die Links... Marie, Christine, Nicolai und daneben... Alex, Kim, Ossalberstadt! Und jetzt zählen unsere Models nochmal einen Überblick! Damit sind wir am Ende unserer ersten Episode! In der nächsten Episode entscheidet sich, wer in unser großes Halbfinale kommt! Also, bis dahin! Tschüss! 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 Vielen Dank.